Wenn ihr jetzt von Gott etwas für sie persönlich wünschen könnt, was würden sie wünschen? Dass sie einen Wunsch akzeptieren. Ach, so bleiben! Ja. Jetzt werde ich wieder herstellen. Die Schmerzen müssen auch verschwinden. Besser? Ja, auch zu fühlen. Haben Sie keine Schmerzen? Nein. Halleluja, und vorher hatten Sie ja wieviel? Ja, hatten wir schon wieder. 5? Ja, so. Und jetzt kenne ich mich. Jetzt gerade möglich. Ja, Halleluja. Ja, anderthalb ja. Wisst ihr, wer die Schmerzen weggenommen hat? Nein. Jesus. Jesus, ja. Ja, ja. Wir lernen uns die Schmerzen an. Ich habe zum Beispiel die Mutter Gottes. Also Jesus ist der Weg zu Gott. Ja. Ja. posed. Ja, ja. Ja, ja.